oder? Ja, die ganze Zeit. Ist doch bei dir nicht anders, oder? Das kann ich mir total gut vorstellen. Es bleibt einfach alles so. Überhaupt nicht. Ich seh das nicht so. Im Gegenteil, das wird immer mehr. Wird einfach immer mehr. Geht viel weiter, weißt du? Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Polterabend auflege. Ja, was? Soll ich mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor zwei Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir Brühwarm von diesem Snowboardswerk erzählt hat? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem wir... nachdem du... Nachdem du dieses Hals am Ausgebumst hast. Einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang... Das war nicht so. Bis zum nächsten Mal.